ja die leute an der sie kommen ist eine Art an folge pv-setzer und ausgürt was wurde vorbeugt oder der obere auch noch wie geil genau wir spielen heute wieder den Gartenkommando Modus und weil die aktuelle Community Challenge sagt wir müssen Gargantugas töten und wir sind ja immer noch auf der Suche nach Schatziedis war jetzt auf dem was anderes tun werden aber aktuell tun wir das mal noch der Köln ist gerade Tatsache zu machen machte ja ein paar Sätze ich sind nicht alle glaube ich da hinten auf auch dann zu dieser Bohnen BBQ du hast die andere Seite für das ja ich hab gar nicht genug Zeit überall zu setzen so zum Skommando ach da 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 erledige Braunmantelzummis mit dem MG hab ich als Mission das lässt sich einrichten glaube ich nach dem Sankt Alter hafte Depp-Störungen er war übelst Gerichtsteller rennt einfach durch Jo no problem go the fuck yeah toll tötet alles bevor es bei mir ankommt wo ist der Rest von mir sind tot so da oh das ist noch was 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 das crazy wenn hier ein Zug kommen würde äh und einmal durch den Garten durchschreddern oder was ja das Abschluss wir haben gewonnen es kommt ein Zug zack kaputt Rocketman wo ist ein Rocketman nacken Zombie nacken Zombie nacken Zombie gönn ich mir nacken Zombie Komm hier hoch. Okay, wir machen eh gleich wieder ein Wash. The plan is down. Okay. Oh fuck. Du bist Aiden. Ja, ich bin Aiden. Also ich kann die Brücke schon gut sichern. Master of the Agents. Noch kein Dement. Oh. Oh. So. Irgendwo hier drüben kam doch gerade noch eine Welle. Der hat sogar mit Engine Native. Kannst du meinen Sniperpilz da drüben wieder hochrecken? Ich glaube der da drüben hat schon Schaden genommen. Geht schon. Geht schon. Umfalten. Oh, der Teleporter. Ja, Timmer. Ist ein guter Farm. Ich kann ihn nicht mehr treffen von hier oben. Oh. Oh, das ist so weg. Mal zu weg. 4 die Ehr dass wir nie mal nie BK mal hart so hoffentlich hätte jetzt das ist doch der Gantucka-Runde tun wir schon mal ein Teil der Kälte das ist ja wahrscheinlich ja noch einer Und ein bisschen Money. Der ist bei dem Spawn hinter dem Schuppen, glaube ich. So vom Geräusch her hätte ich jetzt gesagt. Ja, der ist da. Okay, ich sehe ihn nicht. Ah doch, da ist er. Ja, weil er umgedreht ist. Der bombardiert uns. Nicht. Oh, jetzt macht der Raid Run. Boah. Ich meine Plans doch. Ich habe ihn erledigt. Nice. Cupstone. Der Gordon. No. Der hat die Bambus verloren. No. Da war ein Diamant. Ich habe ihn gesehen. Und geholt. Oh, Stealer. Na, Boss, Alter. Bosch. Du bist Bosch, ja. Ich glaube auch. Verkaufsleiter bei Bosch. Geschäfte für mein Bosch. Geschäfte für mein Bosch. Bichter? Oder was? Hast du bei dir auch? Ne, bei dir. Au. Geschäfte. Kurzgeschäfte. Ah, ja. High Station. Ja. So, jetzt gehen wir mal ein paar Zombies wegschießen. Ich habe schon wieder eine Wissenschaft direkt unter mir. So, erledigt. Ah, da hast du es zum Gesetz. Nein. Was? Was tust du denn? Wissenschaftler, Mann. Was ist denn? Ich geb dich auf. Eine ganz moderne Art und Weise. Diamond. I've seen it before you. Ja, komm, fick dich, Alter. Wuhu. 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 Ich bin der Teleporter, die Wichser Boah, Mann Achtung hin, Dio Wicht Wichser Money, Money, Money Ich mach den Sidewalk Häublinge Okay, lass uns auf die Jagd gehen Ohne Sonderangebot Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, shit Oh, oh Geil Wer rechnet denn mit so einer alter Wissenschaftler weh Eww I skid Ich hätte auch noch gejagt Komm Und den Häufling Ja, ich tu die Gott Nein Oh, meine Verstärkung, ja Letzte Sekunde, also Ich halte dich versteh'n Oh Nicht kick Du bist gefickt Ich treffe den nicht, weil ich konnte er nicht treffen Lade ist ne Runde ever, Alter Nee, du bist ein Profis Ja, dreimal die Überlebungsdienste Wir wollen nur uns Selbstwiederbelebungen loswerden, weil wir so viele davon haben Oh, yes Ey, Agent ist gegen die Wissenschaftler einfach gefickt Warte, ich höre dich nicht Das sieht so geil aus, ich zwinker einfach die ganze Zeit Ja, weil die, weil du nicht ganz tot bist, das ist halt nur K.O. Nee, weil eigentlich habe ich doch gar keine Augen, das ist ja nur diese komische Brille da Hey, du hast Augen Ach, ja, die Brille macht ja diese Fake Augen und die zwinker die ganze Zeit Hehehe Das letzte da hinten Im Angelstil Ist der äußere, der steht immer noch da Hehehe 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 Jolo als sie vielleicht er noch hat dann muss man schon länger dauern aber schon wieder nur ein Wissenschaftler muss man freiligen ja Montus ja und jetzt kriegen wir noch einmal eine Bosswelle ab nicht last was Platz noch ließ das zu können Tor er ist der Karte gab abstein wenn die Nähe ja ich echt so er lernt über das Recht immer rechts die Loll Tote ab der Wichser Oh Gott Alter was das für ne Armee ist, ich hab nur 100 lives, das ist richtig scheiße Geht der Gargantuga hin? Das hab ich mir aufgepackt Der will mich glaub ich holen, der kommt ja nach oben Alter Ich hab mich in der Luft gewonnen hittet Äh, bist du, ich mach'n Breakdance Jo, läuft bei mir, ich bin in nem Geräteschuppen Oh, ich glaub' ich krieg' dich nicht, Alter Ich mach'n Breakdance, Alter Ich dance ein Vollab Das hat er bei mir auch gemacht, damit hat er mich gewonnen hittet Ja, jetzt schauen wir uns noch mal an, was der Markus hier veranstaltet Er tötet Zombies Erst hätte er noch nie was anderes gemacht Oh mein Gott Komm so alle Ihr Wichser Ich hör' auch den Dracula irgendwo hinter dir Oh Oh, dieser Strahl ist so assi Hinter dir Hinter dir kommt er gleich wieder, pass auf Ja Siehst du, der Mann hat ja Fledermäuse, wo er sich hinworpt Irgendwo rechts hinten Direkt über dir Direkt über dir Äh, denke ja Ich brauch' das mal live Die Topf Pflanzen töten grad' alles außer ihn Na, das ist aber eher Rap-Dotting-Garten Das ist ja schon ausgehalten What the fuck Haha, btml Jetzt hab' ich nicht gesehen, wo er hin ist Schuss Uh Stahlbettel, yes Ich dachte mir schon, wir machen was ein Bildschirm mit Schwarz Aber ich bin nur Respawn Ich dachte schon jetzt einfach so Absturz oder so sicherheit auf der erlass ins obere stockwerk gehen so leute hier war mal wieder der altbekannte pvz cut ich verstehe die logik dahinter nicht und pvz immer beschließt sich noch kurz zu schließen er ist eigentlich schon das easter egg hier ist irgendwo ein easter egg hier oben warte hier sind der helm und das schwert von einem anderen computer spiel ich habe vergessen welche lechter oder du komm zu mir vielleicht drücken jetzt was so zählt ist auf jeden Fall nicht nein es ist nicht schneller bei dem Helm einweilen müssen sich ja wieder ist es nur die guter ist das ist ein easter egg das macht ja auch kein sinn über ein paar äh mit der alt Bauarbeiter Dinger und auf einmal hängt irgendwo ein Schwert mit dem Helm ist klar ist kein easter eggnest weil ich ich kenne sie nur ja eben ich kenne es auch nicht wohl weiß ob das so eine jüdische spieler ich weiß es sollte werden jetzt wo da kriegt aber ohne es sind zwar das ist so das wird die Städte gewöhnt er kann eh noch ein von mir und so in der Luft gejagd ist von dem her und ich will nicht mehr weil er zu haben dass sie hängen zum packen was er gerade explodiert ich weiß nicht vielleicht bei dir auch wir wissen irgendwas nehmen uns ein bisschen einfach in der farbexplosion explodiert bis nächste die röder er wäre boom der 9000 pro 1 das ganze k würde ich sagen und dann sehen wir uns in einer weiteren folge pfz wenn wir uns dann noch mal nicht gar guter challenge an machen und vielleicht auch ein schatz hier die absahmen bis dahin serventier tschüss